Willkommen zurück zu Yoshi's Highland. Wir haben noch zwei Level vor uns und dann stürzen wir uns auch gleich ins Getümmel. Das will auch vermutlich der letzte Part schon und nicht wundern, wenn meine Stimme etwas heißer ist. Ich habe mir eine Erkennung eingefangen. Wow. Fängt schon gut an. Augen. Irgendjemand ist watching you. Achtung, die Plattform. Ähm. Das sieht gesund aus. Ups. Dann komme ich ihm wieder ein Strahl. Ups. Okay, jetzt ist die auch schon drei gewesen. Das war's schon. Ähm, schnell ging's. Wie lange dauerte der Park gerade mal keine 40 Sekunden. Passt doch. Ich glaube, das ist ein neuer Rekord. Vielleicht. Vielleicht aber auch nicht. Ja. Ja, das ist auch fies. Nein. Snipe. Das war nicht mal eine Minute. Kann ich's ändern? Schon zwei Fails. Nein, kannst du nicht. Doch, kannst du. Hoi. Ja, wirklich schon. Aber praktisch gesehen ist das schon normal. Oh, nein. Ein Ei. Wenn das Ganze nicht muss. Na ja. Richtig. Äh. Das muss ich nicht verstehen. Ah. Das ist auch fies. Das verdauert niemals diesen Plattformen. Ich hab keine andere Wahl. Ich weiß genau, dass der Karl Dings dort absichtlich auf den Skip gewartet hat. Aus einem guten Grund. Und wir sehen jetzt hier ganz genau herum. Mist. Toll. Boah, das Challenge. Plus Schlüssel. Ich glaub, wir werden den ganzen Part wahrscheinlich mit dem Level füllen. Ich hoff's doch mal net. Ich fänd's lustig. Oh. Oh nein. Nein. Ups. Da bleibt wohl jemand hoch hinaus. Naja. Zu hoch. Und ich bin zu niedrig. Ah. Hochmut kommt vor dem Fall. Ich wollte hier irgendein Niveauwitze reißen. Aber dann hab ich's doch was sein gelassen. Dann kommt's ja dann hin. So. Oh. Boom. Ha, endlich. Hurra. Er hat's geschafft. Nein. Boah. 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 Der war gut. Der war gut. Der war gut. Der war gut. Der war richtig mies. Wow. Das ist ja gemeingefällig hier. Nein. Das war jetzt richtig mies. Wie einfach noch ein gefallen ist. Lol. Wow. Man möchte dich tot sehen. Das ist grundsätzlich ja. Oh cool. Der ist gerettet. Gerettet. t commentary sein. random member generator god. Lass uns einen skip hier her bringen. und Ballon. Ich hab gesagt einen Skip und keinen Ballon. Ich will doch unten durch. Gibt's einfach nicht. Plötzlich eigentlich gleich ein Blitz am Hügel. So in die Richtung, ja. Ein nicht flammender Yoshi fiel in den Abgrund. Keep moving. Ein flammender Rote Yoshi fiel in den Abgrund. Jetzt muss ich an dieses Zitat aus Project Crosszone denken. Von deinem Gefährt abspringe, während es in sein Verwerben stürzt. Du hast allen Ernstes den moralischen Anstand eines italienischen Klempners. Wer damit wohl gemeint ist? Ein Rätsel? Oder vielleicht auch nicht. Siehst du, glaub ein Rätsel. So. Wow! Wieso? Ähm... Nicht fragen. Siehst sehr gesund aus. Ja. Nein! Kacke! Das hast du erwischt. Ich fahr gerade rüber und springt dann so etwas. Du wurdest getrained. Ja. Ja. Das glaube ich auch. Oh. Toll. Der hat mir gerade noch geschält. Die Kassen hättest du mitnehmen können. Was nimmst du mir bitte? Dass du sie ausspucken kannst und nach oben und nach unten gehen kannst. Oh. Nebelwald, würde ich einfach mal sagen. Du musst jetzt irgendwie an den fester Wald denken. Nach fester Wald? Das war es immer gleich. Tera, denk mal. Du musst tatsächlich einmal an den Nebelwald aus pokémonisch begangen denken. Oh. Das ist so seltsam. Oh. Mario. Was? Äh, Baby Mario sag ich schon. Baby Bowser. Das ist gemeingefällig. Ey. Es stimmt wirklich. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Holy shit. Nein. Verdammt. Verdammt. Aber immerhin schon weitergekommen als das letzte Mal. Das letzte Mal bist du noch ein bisschen weitergekommen und danach bist du auch aufgefrickt. Das meine ich nicht. Ich meine jetzt bezogen auf diesen Part. Achso, ja. Natürlich. Das ist dann vielleicht ein neuer Rekord. Nach 6 Minuten. Ups. Das war's schon wieder. Ups. Da hat mich was runtergerissen. Keep moving. Keep moving ist irgendwie eine schlechte Idee. So. Warten wir auf einen Skip. Aha. Wow. The fuck is wrong with you. Da go, Pess. Zumindest habe ich wie Mario. Was für das ist alles fraglich. Ups. Ich bin schon wieder unten. Im Abgrund. Wie so oft schon. Erzähl erst mal was anderes. Ich habe keine Eier. Englisch. Nein. Das ist nicht das woran du denkst. Böse. Böse. Kacke. Pac-Man verfolgt dich. Ähm. Auch gut. Eier. Eier. Melone. Kümmert mich nicht. Hauptsache ich komme hier durch. Blum. Ähm. Gut. Das geht prompt. Das ist so weit so gut. Das ist so weit so gut. So weit so gut. Uh oh. 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 Fish out of water. Wow. Warte was. Was. Das kannst du bestimmt mit der Plattform machen oder? Ups. Das war nicht schlecht. Das war nicht schlecht. Das war nicht schlecht. Die Idee. Nachher in Betracht war es nicht schlecht. Aber es wäre eine gute Idee wie so ein Puzzle Level. Das würde ich springen kannst und Dings. So diese Plattform im Moment muss um hoch zu kommen. Ist ja gute Level Design Idee. Oh. Geklont. Cool. Geklont. Ist auch noch. Ja sag mal. Die roten gefolgen einen. Die sind so richtig programmiert. Komm aber bei nirgendwo im Spiel vor. Sorge. Nur im Game Boy Advance Spiel kommen sie vor. In irgendeiner Extra Welt. Uh oh. Uh oh. Uh oh. Was ist das? Boom. Weil die Game Boy Advance Version die hatten noch 6 weitere Extra Level. Also nach den Special Levels nochmal extra glaube ich. Special Levels tut man eigentlich auch irgendwie mal. Aber das ist eine Sache der Unmöglichkeit. Außer man könnte eventuell aus Dings aus einer regulären ROM. Ups. Das kann man. Das könnte bestätigen. Das kann man. Goal. Ja. Mein Ziel ist allerdings noch nicht erreicht. Das Ziel ist Spiels aber. Oh. 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 ein Haufen Schräger ist. Was für ein Schräger Haufen. Woow. So. Auf gehts. Ob das nichts Schlimmes passiert. Hatschi. Muss das unbedingt sein? Ach gut. Eier. Da hast du noch der Eier. Das sah lustig aus. Das sieht grad komisch aus. Wie er mit so nem Bauch herumfliegt. Ey. Sieht soweit ganz gut aus. Oh oh, Feuer. Feuer! Oh 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 oh. Hachi. Ich brauche nicht, Dankeschön. Das ist recht. Damit ist, dass der letzte Part verändert. So in die Richtung, ja. Schieß mal an. Ja, ich habe von unten gebrochen. Ja, ich komme jetzt nach oben. Doch, wenn du die Luft flattern kannst. Moment. Das muss ich... Ups. Ein Fußmodar verwenden. Bloß nicht. Ups. Uah. Nein, wenn du den Fußmodar richtig verwenden kannst, kannst du dich bestimmt selbst auch hochschießen. Ups. Das ist doch krank. Das habe ich wirklich. Ja, gut. Das ist für den halben Weg gebacktrackt. Oh, oh. Das ist für den halben Weg gebacktrackt. Aber scheiß die Plattform nicht mehr, wie ich spawnen. Du hast es damit offiziell ziemlich vermasselig. Na ja, schwimmen wir mal. Uah. Das ist doch fies. Jetzt wirst du offiziell verbrannt. Geh mal ein bisschen rum. Und warten auf die Runde. Das ist ja noch rum. Gar nicht rum. Oh. Oh. Was? Ja, das Spiel habe ich gespielt. Ups. Shit. Das war ein Eier. Oh, Alter. Das war fies. Das war aber kein Wunder. Ne, das war wirklich kein Wunder. Oder war es doch? Ey. Nein. Das war richtig fies. Ab und zu haben wir die Tollisers gemacht, was sie sollen. Haben mal wenig getrunken. Die Tollisers gemacht, was sie sollen. Oh. Eine Vase. Ja. Aber wer hat Verständnis dafür? Wie kannst du nur? Na gut, wenn man was heißer ist, dann klingt man was heißer. Habt ihr immer diese heiße Stimme, Dimitri? Die alle was mögen. Na dann! OI! Ist doch fies. OI! Ich weiß drum, weiter gehts. Das war ganz schön gefährlich. Hat es auch noch funktioniert? Hat es. Der Wahnsinn. Jedes Mal wenn die totes gekommen sind, jedes Mal aufs Neue haben sie ihn mitgenommen. Was ist denn heute los? Ich glaube heute haben sie einen guten Tag. Dafür ehrlich gesagt nicht. Also... Ich hätte schon fast gemeint, wenn das zu weit geht, kann ich das den ganz Outtick reinhauen. Eine halbe Stunde lang endlich bei der Settel geschafft. Ich glaube das wird sogar passieren. Wir müssen tatsächlich am Anfang... Das war schon wieder richtig fies. Wir müssen tatsächlich wie der Karl am Anfang rufstehen und einfach mal nichts tun, bis irgendwas interessant passiert. Ich glaube das mache ich jetzt auch. Ich habe es schon wieder eine Viertelstunde damit verbracht, nichts zu machen. Außer zu Dings, außer zu Feen. Außer zu sterben. Und jetzt hast du so ein dickes Ei. Ach du dickes Ei. Boom. Oh, was ist da? What? Ich glaube ich weiß was das für ein Gegner ist, aber Baumzoll hat der Dings. Hab da nur Dings Sprite geladen. Na toll, da haut Kanonenkugeln raus. Was? 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 Wie? Boom. Confirmed. Boah. Stampfen ist keine so gute Idee oder? Oh. Hi Yoshi. Na ja, stampfen... Triggert. Was siehst du? Hey. Schlüsseltor. Nein! Ich brauche einen Schlüssel? Ähm. Ich brauche einen Ups. Ich brauche einen Ups. Ich brauche einen Paket. Ich brauche einen Paket. Ein Paket, den jeweils Schlüssel drin ist. Oh, hi Yoshi. Oh, Yoshi. Ein grauer Yoshi. Schwarze, ja. Ja, schwarz. Schwarze Yoshis gibt es tatsächlich. Doch, das würde ich auch nicht. Du musst Isps pro nicht geben. Ein Schlüssel! Jetzt hab ich eigentlich den Schlüssel runter gehauen! Hahahaha! Und zu einem Überfluss ist auch die Tür nicht mehr da, ne? Ach ja. Toll. Oh, oh, oh. Na ja. Es ist ein Ei. Oh, boah. Was ist denn das Pau? I got the power! I got the power! Power! Hi Yoshi! Hi Kevin! Hi Kevin! Hi Kevin! Oh, ein Swagboard! Ein Swagboard! Ich muss das auch nicht wissen. Denk doch. Komm her du Tür! Hi Yoshi! Hi Yoshi! Jetzt sind wir wieder weg. Das kann doch jetzt so schwer sein. Doch. Die ist doch gerade. Es ist schwer. Wohin ich jetzt noch 20 mal fällt, dann möchte ich eigentlich hier durch. Aber irgendwie... Oh! Dunkel war es um Nacht. Oh hi Yoshi! Jetzt ist er noch dunkler. Oh mein Gott! Ein Dark Yoshi! Dark Yoshi! Bonus Challenge! Yay! Bonus Challenge! Was ist das? Ich muss sagen... Pixel Mesh! Ups! Hi Yoshi! Oi! 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 Bonus Challenge! Das ist ja echt wie eine Plattform! Ja... Da eine Donald Plattform vermute ich mal. Eine gigantische Donald Plattform! Ja... Da... Ja... Das ist die gigantische Donald Plattform! Auch Feuermelone! Ich glaube, die werden tatsächlich eigentlich Kürbismelonen genannt. Kürbismelonen? Ops. Kürbishöschen? Ach, bitte. Na ja. Kannst du das schaffen, wenn ich nur auf diese Dings zu kommen darf? Ich bin weggeflogen. Oh. Weg war es. Oh. Wow. Das war mies. Da wartet was, dass was passiert oder so etwas. Ja. Sogar man wartet, ist bestimmt sicher. Meist hier nirgendwo sicher. Ja, gerade eben bestätigt. Dumm 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 dum Nein! Das war wohl nicht Wolke 7. Nein, war es nicht. Aber ich bin schon fast beim Leben Nummer 7, wenn es so weitergeht. Jumpstyle! Das klingt nicht gut. Ist wieder weg. Oh Mann! Ich kann kotzen. Sieht es irgendwie aus. Nicht auf mich und auch nicht aufs Mikrofon. Keine Sorge. Auf dem Monitor. Ein Schlüssel. Ein Schlüssel! Sehr gut. Ein großes Ei. Oh, die Krabbe. Oh, die Krabbe. Schöne Krabbe. Ein wildes Krabbi erscheinen. Boom! Krabbi wurde besiegt. Joshua hält einen Sternpunkt. Nebelwald. Da sind wir wieder. Boah! Tür, wo bist du? Ich brauche dich, Tür. Wo bist du mein Sohn? Ich glaube, die Tür ist AFK. Boah! Wo ist das Geld bei 40 her? Das habe ich gerade eben bekommen, als ich umgesprungen bin. Oh. Oh! Das sah komisch aus. Und ich warte. 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 Oh. Ja. Nee. Merry-Go-Round. Merry-Go-Die. Dankeschön, Wogeni. Wenn du Vinesauce Stings sag schnell geguckt hättest. Dieses Rollercoaster Tycoon 2. Da hat er allerdings die Launch Speed von diesem Merry-Go-Round so schnell eingestellt, dass es aber explodiert ist. Und da hat er es einfach Merry-Go-Die benannt. Na dann. Ja. Merry-Go-Die. Oh, eine Eis-Minone. Eine Eis-Minone. Cool. Kannst du aber die gleich auf ihren Schaden, oder? Ja. Aber das ist halt den Heizköpfigen da. Den Heizköpfigen? Fireman. Ein Boss of Mega Man. Der ist richtig jetzt köpfig. Nein. Mensch, alles wirklich gespawnt, bloß keine Tür. Vorhin ist einiges gespawnt, aber nein, natürlich. Oh. 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 Ziemliche Menge. Das ist das, was ich möchte. Für mich wird er immer schneller scheitbar. Bauen wir jetzt erstmal ein Ding. Zwölf Stunden lang Geschwindigkeit auf so ein Ding zwischen parallelen Universen. Alter. Das Ding ist auf der Linksgespaw und auf der roten Platzzone. Moment. Ah. Shit. Du gehst aus der Loading Zone raus. Das ist mir bewusst. Ah. Nein. Shit. Das gibt jetzt gleich einen Hänger. Das war ein Oh My. Ich weiß. Und wie immer jetzt der Hänger. Das war so schon. Äh, ja. Reset. Oh, jetzt sind da plötzlich wieder 40 Leben. Ja, das ist vom letzten Mal noch gewesen. Das macht ja keinen großen Unterschied an sich, ne? Nö. Lass ich nichts. Yay. Oh, Tür. Tür, 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 Tür. Ähm. Vielleicht am Rand unten. Äh. Komm nicht rein. Das ist so blöd gespawnt ist. Schau dir das mal an. Ich müsste eigentlich ein gutes Stückchen tiefer sein. Ja. Ich glaube, ich bin ein bisschen im Wunsch gespawnt. Ja. Das glaube ich auch gespawst. Das ist so blöd gespawst. Das war gut. Das war gut. Das war gut. Das war gut. einfach mal. Er hat keine Eier. Das typische Trollproblem von Mario Maker. Unsichtbare Blocks. Und hier habe ich genau das selbe. Super Expert. 100 Leben, ne? Ja. Oh. 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 Okay, hier sind sich doch Trollblöcke, so auch Trollpinguine. Man, 25 Minuten und nichts. Nichts, auch gar nichts. Außer ein paar Fails. Das ist eindeutig ein Outtake. Vielleicht. Doch, vielleicht. Wir haben schon einmal ein ganzes. Es ist ein ganzes mit einem Level verbracht. Ich hoffe. Ja, okay. Wollen wir mal hoffen, dass das endlich besser wird. Was machst du? Auf bessere Zeiten warten. Ja, das glaube ich habe ja schon fast. Aber irgendwie will ich spawnen, verdammt. Ja, hier mit dem Level wäre schon nichts gespawnt. Bloß hier wieder nicht. Oh. Oh. Dum 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 dum. Halbtransparent. Wow. Wie lange ich wusste, wenn du auch transparent bist? Burn. Burn in hell. Bonus Challenge. Bonus Challenge. Bonus Challenge. Bonus Challenge. Bonus Challenge. I'm sitting around in a boring room. Also ein bisschen Raum ist, ist es immer wieder streitig, aber egal. Ich sitze auch nicht wirklich rum. Ah. Na gut, in echten Leben schon. Okay, dann könnten wir eigentlich auch Dings, äh, sag schnell. Room benutzen, weil ich in einem echt Raum sitze vor dem... Ich weiß. Aber ob es boring ist, sind wir da hingestellt. Nee. Hier wird sich langweicht, das ist sicher. Zwinga smiley. And nothing ever happens. And I wonder, I wonder how, I wonder why. Yes! Das Singen hat's gebracht. Eindeutig. Ihr sollt, glaub ich, öfter singen. Hey, ich hab noch ganze zweieinhalb Minuten über. Oh, 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 oh. Ausreizen. Ausreizen. Aber sowas von. King Bowser's Castle. Oh, schein Geist. Hä? Hä? Was? Wie? Warum? Weshalb? Weshalb? Weswegen? WTF? Oh, Maulwurf. Ich brauche aber nicht Maulwurf, ich brauche... Der kam extra gerade eben so aus, als würde er zu viel gedruckt Runde. Yes. Auf geht's. Auf, dass es nicht klappt. Yoshi fliegt und sie... Aaaah. Gemeinheit. Ups. K.O. Always yes. Always yes. Always yes. Aaaah. Nein. Ha. Schafft. Das sah interessant aus. Das sah's wirklich. Hahaha. Yay. Wer hätte gedacht, wie so eine Verwandlung so schmerzhaft sein kann. Nein. Bleib hier. Nein. Das ist überhaupt nicht getrollt. Nein. Lalalalalalalala. Einfach durchfliegen. Einfach durchfliegen. Einfach durchfliegen. Das klappt sogar. Oh. Ha. Okay, jetzt einfach durch. Nein. Dödüm. Eine Minute noch. Letzte Minute läuft. Jetzt. So, gut anfangen. Komm, ich komm nicht mehr. Was war das nochmal? Auf geht's. Kamera hat nur eine Pause gemacht. Ah. Äh. Öh. Nein. Lolololololololololololololol. Ich glaub das war's. Ja, ich glaube. Das können wir schon so lassen. Ich glaub das können wir für Hopp. Für dieses Mal so lassen. Aus diesem Grund sehen wir uns das nächste Mal und bis dahin macht's gut. Macht's besser. Macht's besser. Tschüss.